Also die kenne ich noch nicht. Nutzi-Time-Art? Was nicht? Time-Art? Ne, Traum. Oh, komm. Einfach gar keinen Sound hier ab. Wum. Jetzt geht's los. Hm. Leben nur. Wissen. Kommt die nächste zu friedliche Musik. Hm. Können das euch jetzt hinterher ich bringe? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich such den ja. Was ist das? Ich bin wieder da. Oh, seid ihr noch nicht fertig? Nee. Ich such ihn ja. 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 Hm. Da bin ich auch mal geschwind auf irgendwas zum Futtern. Klingt nach dem Plan, ja. Ich glaube, ich geh auch noch mal kurz. Gehen wir uns so oft aus dem Weg gerade, oder was? Könnte man fast so sagen. Aber nur fast. Wie beim Alphabet, weißt du. Du bist A. Patrick ist Z. Ja. Weißt du Bescheid. Oder ihr trefft euch irgendwie bei Kuh, ne, und, äh, lässt Kuh hinter sich und der andere fährt, ne? Und so. Ja, 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 ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt strange gerade. Was haben wir damals immer gelernt, wenn man sich verläuft, dann soll man einfach stehen bleiben. Das ist problematisch, wenn sie es beide machen. Das machen sie jetzt gerade. Das ist einfach das Schlimme. Was haltet ihr davon, wenn ihr, wenn, also, ne, wenn ihr euch weder auf noch unterm Turm trefft? Da gibt's einen Mittelpunkt. Wäre nice. Nini hat ein Radar. Ja, das würde, ist so. Das könntest du auch haben, ist ja auch egal. Genau. Wie zwei Leute die Zeit ausnutzen können, das ist fantastisch. Warm. Das könnte jetzt mal gut sein. Ja. Scheiße. Nee. Ich hab nämlich gerade, äh... Wärst du mal zur Kuh gegangen? Fuck, ich hab nämlich gerade die Windows-Teste gedrückt. Ja, ich wurde in dem Moment nämlich, wo du gesagt hast, fuck, da wurde ich angestürzt und ich hab auch ein Recht, wenn du mich angestürzt. War auch erst abgelenkt. So. Genau, lass es raus. Komm ich ja krass nicht. Die gesamte Wut. Einfach. Ey. Mit dem Karma bleibt ja so. Ich wollte gerade sagen, Alter, was ist hier los? Wieso hab ich denn schon einen 16? Wo kommt die denn her? Ja, super, das tust du schon, aber fast. Ich hab gar keine. Macht nix. Hm. Hm. Ich hab hier mal so komischen Rubberbending-Sachen so. Jan, wie kommt man da rein? Mal mit. Einfach reingehen? Ja. Und dann? Aber das ist doch bestimmt eine Traitor-Falle, oder? Nee. Hallo. Bitte was? No. Wo denn reingehen? Das war wohl ne Traitor-Falle. Für den Traitor? Der steht doch nur hier. Aber wo denn reingehen? Was war denn das? Egal. Wie egal? Nee. Nee, das ist ein Geheimnis. Sowas ist gefährlich. Oh, ich ahne es. Moment. Alles hin? Haben diese Beschreibung in der Hand? Nein, ich weiß, ich weiß. Lass mich raus. Lass mich raus. Du warst bestimmt in diesem komischen Gang drin. der Feuer gefangen hat, ne? Wo Ding da drinsteht. Nee, guck mal, guck mal, guck mal mit. Ja, nee, hier. Nein, nein. Hier. Das ist so ein Belfin. Das ist jetzt passiert. Bitte was? Da ist ne Puppe drauf. Das kannst du als Traitor aktivieren, dann geht die hoch. Ich dachte, das kann man irgendwie... Ja, und wenn du als... Egal, ob Traitor oder nicht, und da reingehst, geht ein Ding zu, ein Gitter, und dann verbrennst du da drin. Ja. Irgendein Traitor hat gerade das gemacht. Wegen was? Ich hab grad dieses... Hallo, okay. Zum Punkt. Okay. Ich hab noch keine Waffe loszupassen. Ah, das ist aber mein Problem. Geh doch mal alle da rein. Guck mal, da ist ein ganz kleines Loch. Geh doch mal bitte alle da rein. Ja, ja. Hm. Dir die Arbeit erleichtert. Durchaus. Ich hab noch keine Waffe. Außer ne Clover. Oh, die Licht. Nee, da geh ich nochmal rein. Da bin ich schon mal gestorben. Ich auch, ja. Komm. Ich bin auch schon sowas von abgefackelt dort. Nein, du magst so. Dann nennst du sie stärker so die Zombies oder was auch immer das sind. Äh, irgend sowas. Patrick. Du wärst schon längst tot. Ich bin mal woanders lang. Irgendert tot. Du weißt, wem du vertrauen kannst. Alter, Schwert. Oh, diese scheiß Hustammfeld. Geil, neue Shotgun entsorgen hier. Tschüss. Ach man, ich hab die ganze Zeit gesucht hier. Alter, was ist das denn? Okay, da hat jemand grad mit der Tech-9. Boom. Loy. Wo ist das hier? Keiner, du bist das. Ich glaub, der kann nur der Traitor malen. Aha. Was ist das für ein Alien da oben? Hä? Hier oben im Leuchtturm ist ein Alien. Kiffel, was hast du mir gesagt? Alien ist tot. Alien ist tot. Ah! Was ist das denn? Alien greift an. Oh mein Gott. Ich bin in den Krieg verriert. Krieg der Welten. Was soll ich hier, Jan? Nur ein guter Film. Ich geh da wieder runter. Irgendjemand hat da... Magst du mit hochkommen? Ja, Krieg Welt. Aber ich weiß nicht, wie man das Ding hier in... ähm, tschüss, Luzi. Haua. Alter, ist da wieder die Fahrstuhl drauf. Genau, dann ist das Game gecrashed. Ähm, für Nist? Nö. Sieht gut aus. Da ist noch ein Alien. Alter, hier ist noch. Guck mal hier, Jan. Da liegt wirklich ein Alien. Ja. Ich lüge? Ich hab mich ja gerade mit einem Alien angegriffen. Kann man den hochheben? Jan, 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 Jan. Diese Musik, ne? Kann das mal jemand ausmachen? Ja. Wo denn? Guck mal da unten. Der vier. Der vier. Wollte ich gerade sagen. Ich hab's gesehen. Wart auf mich. Äh, stoppen wir oder sind wir wieder unten? Wir sind wieder unten. Oh, really? Ich find den Weg doch nicht nach oben. Oh, komm schon. Ich perdrech. C4. 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 Ja. Ja. Bitte? Die Mucke kommt von der Toilette. Oh, Katja, Katja, Katja. Wieso sagst du denn sowas, Jan? Hm? Was macht ihr? Du, ich hab's gesagt, das war mit C, aber das war mit C, aber das war mit C, das war Kuh, Jan. Ja, weil ich dich getroffen hab. Ja, aber warum hast du... Oh, Mann. Wir sind so zu meinem Weg gelaufen, deswegen hat er das gesagt. Oh, Mann. Das war nur Rache, ist okay, Schatz. Nee, das war keine Rache, glaub mir. Rache sieht anders aus. Oh. Och, Mann, das war nicht... Das war doof. Jan, 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 Jan. Mach ihn gut. Fuck, 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 fuck. Schieß doch einfach... Bring nur das Wasser. Ja, du weißt. Fuck, man. Aber du... Du brennst zwar, aber du kannst weiterschießen. Du wusstest doch, dass es zu 4 war. Er hat mich doch getötet. Ja, das war soweit okay, aber bis Jan in dem Moment sagte, das war zwar ein C, aber das war Koh, Jan. Das war mein Wortlaut, 1 zu 1. Ja, hat's gesagt. Ja, und ich war hinter Koh, Jan, hab gedacht, ey, scheiße, wenn der geschossen hat und Jan hat danach nichts mehr gesagt. Und, ach, Mann, ey, ist doof. Na, weil ich den Mund voll hatte. Jetzt 892, hab, Alter. Böse, Jan. Böse, Jan, glaub ich mir, Schott. Ja. Leut, nein, nimm jetzt. Nein. Nimm. Nimm. Nimm jetzt. Nein. Hallo, eine Frau, die den Geschwink abschlägt? Ey, du Arsch. Was ist los, Patrick? Ich weiß nicht, was ist mit dir? Also, ich weiß nicht. Ich bin hier alleine. Mir wurde gerade der Fahrstuhl weggenommen. Ja, da, aber lach ich ja. Alles gut, Jan. Alles, alles gut. Äh, what? Wurde schon wieder irgendwie ein, wie ein, wie ein, äh, wie heißt das Ding? Ein Schacht zerschossen? Oder zerschlagen? What the fuck? Ey, das ist doch die Mucke aus... Simpsons. Nein. Hatte mich gerade ein bisschen an den Kopfhörn verinnert, erinnert irgendwas. Ja, richtig. Dieses, dieses Nack-Nack oder diese komische Ente, ne? Mhm. Ja. Aber. Okay, also Nini ist raus aus dem Schneider. Die hat mich echt abknallen können gerade. Ich habe es so zu spät gesehen. Nini, enttäusch mich nicht. Ja, enttäuscht du mich jetzt nicht. Ist okay. Ist okay. Ja, dieser, ja, das ist dieser komische Lockruf mit der Ente, ja? Alter, wie eng sind denn hier die Klos gebaut, bitte? Halt, wo steht warm? Jemand ist tot? Ja, hab ich auch gehört. Da ist jemand runtergefallen. Ich bin da. Ich bin da hier. Oh Gott, ich wollte nur runtergucken. Okay, hier ist der Tod, hier ist der Tod. Okay. Oh, komm schon, Nini, Nini. Kannst du nur C4 oder Beperzeln? Ich gehe jetzt stark davon aus, dass Nini jetzt tot ist. Und Katja tot ist. Jan, Alter. Oder Patrick. Was? Hallo. Ja. Da fehlten wohl die Kugeln. Ich war gerade total überfordert mit der Situation hier mit Nini und Patrick. Das war irgendwie alles zu schnell. Weil ich dachte am Anfang, das ist einfach nur böse. Oh Gott, ey. Oh, ne Scheiße. Was machst du da? Äh, Motorboot spielen. Äh. Alter, was machst du hier? Na, Motorboot spielen. Ja, mach das Ding kaputt. Ich hab mal ausgemacht. What the fuck? Ja, das... Warum? Ach, mit dem Tag war es warm oder was? Ich bin Captain Igloo, ja. Nee, der hat das irgendwie nur drehen lassen. Alter. Ich bin durchs... Ich bin durch die Fahrerkabine geglitscht. Pass auf, pass auf, pass auf, die lecker. Oh, Alter. Was? 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 Sie selber umgebracht. Aber guck mal aus welcher Entfernung. Ja, hab ich da drüben gesehen. Da drüben wo der Gabelstapler stand. Ey, hör mal auf hier zu wackeln. Loll. Ey, wo wollt ihr hin? Loll. Wo wollt ihr hin? Loll. 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 Ey. Wer fährt denn? Warte, ich komm mit. Wtf? Wtf? Lass mich auch nochmal, bitte. Ich auch mit. Ja, okay. Wie machst du denn das? Ja, einfach einmal E drücken und dann... Ach, E. Leute, Alter. Höh, nee, klappt nicht. Wtf? Wtf? Ah, jetzt, warte mal. Ja. Nein. Höh? Rückwärts gehört? Nun, sie hat's kaputt gemacht. Ich glaub, wir hängen hier hinten fest. Luzi. Er hat's kaputt gemacht. Oh. Nein, warte, ich möchte auch nochmal. Ja. Warte. Ja, ich kann's. Ich kann's. Ich kann's. Tschüss. Ich denke, Loll. Loll. Toll. Mann, das war jetzt gemein. Bitte? Ich seh gar nichts. Habt ihr jetzt geschossen? Nein. Luzi hat gerade geholfen lassen. Ne, meine Waffe waren weggepackt. Ich wurde gerade rausgeschossen. Auf dem Boot. Oh, sorry. Also, ich jedenfalls nicht. Ich bin hier unten am Fahrstuhl und bin am Waffen suchen. Okay. Also, weit weg vom Boot. Oh, warte mal. Ich will da. Ich will mal gucken, ob man da hinten lang fahren kann. Instant dead. Oh, da kommt man glaub ich nicht lang, oder? Yeah. Lol. Lol. Ey, da drüben ist die nächste Insel. What? Ja, tschüss. Boah, Alter, wie du? Bist du irre? Luzi, du hast gerade geschossen. Ja, aus Versehen. Ich bin gerade nur neutral, dass du einen Fehler machst. Dann falle ich das komplette Meck. Im Kopf. Gibt's echt nur den Weg über den... Oh Gott. Über den Fahrstuhl. Oh, komm schon, wirklich. Tadadada. Cool, er ist tot. Tadadada. Alter, wie komme ich denn wieder raus? Scheiß, ich hing... Oh Gott. Wie ich nur noch 30 Prozent... Eigentlich hätte ich oben bleiben sollen. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Der Günstiger. Was war das denn gerade? Nein! Oh. Hä? Grafikfehler, ne? Ich sehe es auch gerade bei dir. Echt? Bei der C4. Ja, bitte. Wo bist du hin? Oh. Oh, hier hinten sind Haie. Wer macht was mit meiner Leiche? Ey, hier sind echt Haie. Wo ist der? Alter, Jan. Was denn? Oh, wie ist mit Adi hier? Das witzige ist, ich kann mir ja schon vorstellen, wer Traitor ist, ne? Komm rüber. Wie rüber? Und die Zeit ist da hier oben. Ja, lol. Hat ja was. Warum? Warum hast du jetzt so klar? Ja? Der hat den normalen, ey. No.